Programmieren mit BlueBot – die Inbetriebnahme Man braucht einen ebenen und sauberen Untergrund, zum Beispiel ein Tonpapier oder ein Flipchart oder die Bodenmatten vom Cubetto. Beide Roboter nutzen das gleiche Raster mit Quadraten a 15 x 15 cm. Dann braucht ihr den BlueBot, den ihr in der Ladeschale aufladet oder mit dem beigelegten USB-Ladekabel. Ihr braucht ein USB-Ladegerät, verbindet das Kabel an der Unterseite vom BlueBot mit dem USB-Ladegerät und steckt ihn in die Steckdose. Wenn er aufgeladen werden muss, blinkt er rot. Auch während er aufgeladen wird, leuchtet er durchgehend rot. Erst wenn er voll aufgeladen ist, leuchtet er dann grün. Dann ist der BlueBot einsatzbereit. An der Unterseite findet ihr den An- und Ausknopf, zwei weitere Knöpfe, einmal um den Sensor an- und auszustellen und um den Ton auszustellen, falls einen das Piepsen stört. Kabel dropped Kabel